Grüß Gott, die Damen, ich bin 57,5 Jahre alt, vom Beruf bin ich Bergmann und Sprengbefugter, lebe im Murtal, im Raum Obersteiermark und würde auf diesem Weg eine ganz nette Partnerin suchen und vielleicht meldet sich wer, der dasselbe möchte. Und was ist mit Ihrem Leben passiert, dass Sie eine neue Partnerin suchen? Ja, ich habe meine Frau verloren und ist fünfeinhalb Jahre her und dann habe ich ein paar Jahre gebraucht, dass ich mich ein bisserl erhole und seit einem halben, dreiviertel Jahr habe ich es verlangen, einen Partner zu suchen. Und was für eine Frau lässt denn Ihr Herz höher schlagen? Ja, ich möchte eine etwas dynamische Frau, also die gerne was unternimmt und da hätte ich noch einiges vor. Was zum Beispiel? Ich würde einmal einen Kilimandscharo besuchen, ich würde einmal, was ich sicher mache, auch eine Jeans in New York kaufen. Ich würde auch gerne, das wird sicher machbar sein, die Transsibirische fahren und sportlich ein bisserl was machen. Und was sportlich? Sportlich ist, hängt natürlich vom Partner ab, von der Partnerin ab. Und da wäre ich eigentlich vom Skifahren bis etwas laufen und schwimmen, Berge, wo es bei uns sehr locker geht. Und wenn es möglich ist, ich bin früher trocken geflogen und ich möchte gerne einen Parakleiterkurs machen wieder, dass ich in die Gänge komme. Und natürlich weiß ich nicht, ob es da einen Partner gibt, der vielleicht etwa die kleinen Interessen hat. Also das heißt, Sie wollen schon eine sehr sportliche Frau? Sehr sportlich ist nicht unbedingt, aber... Aber doch ein bisserl? Doch, ja. War Ihre Frau auch so? Nein, meine Frau war eine Hausmütterchen, also ganz nett, ihr ist super vertragen, geliebt und aber... Sie hat gekocht? Richtig, ja, ich war viel auswärts und sie zu Hause und auch beruflich und mit den Kindern. Und auch wenn ich nach Hause gekommen bin, dann wollte ich sie ab und zu fortfahren. Und das hat sich aber dann mit Hausbauern oder etc. nicht so richtig vereinbaren lassen. Da haben wir ab und zu schon ein bisserl Probleme gehabt. Probleme gehabt, ja. Sie wollte mobil sein, während Sie sich ausrund halten. Dass Sie auch ein bisserl was sieht, weil ich bin oft von der Schweiz oder von Spanien gekommen, egal wo ich Oma war in Europa. Und dann habe ich es immer hinten angestellt, weil wir gesagt haben, das machen wir dann etwas später, wenn wir Zeit haben. Und aus dem wurde nichts mehr. Ja. 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 Also eher ein dunkler Typ und sie sollte herzhaft sein, lebenserprobt, sie ein bisschen Spaß verstehen und auch machen. Ich bin ab und zu ein bisschen ein komplizierter Mensch. Wo sind Sie kompliziert? Ja, ich bin oft übergenau und ab und zu habe ich das, dass ich zu viel auf einmal machen will. Und das ist nicht... Und dann kommt irgendwas zu kurz? Kommt irgendwas zu kurz, ja. Aber die Liebe? Die Liebe, das wäre was Schönes, ja. Da werden Sie ein bisschen auf was anderes verzichten, oder? Ja, freilich, selbstverständlich. Weil da stehe ich zuerst einmal alles hinten an und dann würde ich gerne ein Stückchen Weg mit einer Partnerin gehen, dass man sieht, wie die Zukunft ist. Ich bin für einen Neuanfang jederzeit bereit. Also was machen Sie am liebsten? Arbeiten. Oh. Faulenzen tun Sie nie? Äh, nicht wirklich. Ich isse einmal auf der Terrasse ein gutes Eis oder graule mal kratze einmal 20 Minuten im jetzigen Zeitpunkt. Und damit Sie dann schon fahren? Und dann meistens, wenn ich die Augen offen habe, wird mein Vater, dann fange ich wieder meistens was an. Und da hätte ich gerne, dass ein Partner mich vielleicht ablenkt vom Arbeiten. Und Alter? Alter? 50 plus. Nicht Jünger? Wäre schön. Nein. Nein. Jünger nicht. Es bringt zuerst. Böden, 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 Böden.